Go, go, go. Ja, mal gucken, ne? Keine Ahnung, ob du überhaupt einen Unterschied merkst. Ja, wir müssen recht früh aufmachen, sonst kommen wir nicht so weit. AMP, what the heck, das ist ja super stark. Wie weit ist die Reichweite davon? Schon, da steht gar nichts. What the heck. Das Verstärker in Slot 4 erhalten. Das ist doch das zum Scannen, oder nicht? Er kennt sich bewegende Spiele, indem du mit dem linken Maustag gedrückt hättest. Aber was für eine Distanz ist da nicht markiert. So, sind wir alleine? Wir sind tatsächlich alleine mit Take. Davon bin ich nicht ausgegangen. Oh. Das reicht. Nein, ne, ich hab... Für mich wird das größte Problem, ich nehm immer zu viel Muni mit. Ich mein, man braucht keine 500 Schuss. Vor allem, wenn du rein killst, kriegst du meistens neue Muni. So oder so. Also, mehr als genug. Oh, Tier 5-Uxler. Nice, nacky. Das ist uninteressant. Hier ist noch ein Tier 5-Uxler. Falls du den möchtest. Das brauche ich da. Dich kannst du da lassen. Äh, hier hinten. Da. Und die Richtung auf den Ping. Was ist denn ein? Hast du gefunden? Gibt es hier rechts genau da in die Richtung? Da, ja. Hier vorne in der Ecke. Ich brauche gar keine Box öffnen. Einmal noch Muni. Hier. Hier. Hier sind die zwei. ich bräuchte an sich nur ein scope und vielleicht ein mag für naja er könnte natürlich nach dahinten gehen ich kann ja gleich noch ein paar upgrade items stoppen ich kauf mal kriegspaket ich kann den blau x40 a1 droppen wenn du die möchtest ist hier oben bei mir gleich zack 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 schuss reichen an sich ganz zusammen machen überlebensbonus da 3 Oh, Elmarazin, nice. Wollen wir los? Achso, hm, ja, ich hab leider keins gefunden. Ich hab aber noch nicht drauf geachtet. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, Gegner vor uns. Oh, it's up, Mark, come on. Man, töte mich mit deiner scheiß A-R auf so ne Distanz. Spray mich einfach um. Die sind grad unter Beschuss. Ich glaub, du könnt's aufheben, wenn du schnell wirst. Sniper ist ne Kack-Klasse. Oh, Smart hier. Die sind auch grad an Action haben. Ich bin auch leicht hinterm Hügel geklettert. Jetzt gibt's Rache. Welche Fack-Taste muss ich denn drücken? Ich hab... Wieso ist da keine Kugel drin? Oh, Fack-Taste. Good job, Tina. Tina OP. Unten in der Stadt waren aber noch mehr. Hat der Typ ein Glück. Okay, mir das. Hier ist ein Viererscope. Leider kein. Der ist jetzt eingesetzt. Der ist jetzt direkt ein. Achso, ich musste so draufdrücken. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Das können wir mal noch nehmen. Oh. Na, was machst du denn? What the fuck? Die Zone ist da. Toll, ich glaub, ich hab's ja irgendwelche Wächste nachher getraubt. Oh, die Zone ist aber noch nicht allzu weit gekommen. Vielleicht hier noch hoch? Wir können eigentlich da zu den gehen, ne? Ach, hier hat's eine Nacht gekillt. Ich geh mal direkt drüber. Wie hat der mir meine Weste so gedownt? Natürlich. Der rechte hat gerade eben schon Headshot kassiert. Da kann ich nochmal dodgen. Ist slow. So ein Zwei-Stück rechts. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich versteh nicht, wie ich so schnell sterbe. Weil instant bin ich gedownt. Die anderen sind schon am Stein gegangen zum Heilen. Das kann echt nicht wahr sein. Sniper sind echt nicht meins. Egal gegen wen ich schieße. Die haben immer dieses scheiß 90% Damod-Reduction für einen Headshot. Ja, gut Job, Tina. Wir hinter den Steinen sind zwar gelaufen. Wir müssen auch weiter. Was hoch zu den Gebäuden. Hinter uns kommt ein Auto. Okay. Fahrrad-Bergratow. Haben wir umgestoppt. Und da sind wir auf den Ort auf Range gefahren. Und auf den Berg jetzt. Die haben die eigentlich finished. Wir müssen jetzt gleich rum. Dort haben die den eingefinished. Da liegt doch einer, oder? Okay. Ne, das war eine Leiche. Auch gut, dass sie da so liegt. Südlich von uns. Auf und auf dem Feld. Das ist gedauert. Hinten an der Ruine waren noch einer. Das ist genau da hinten. Ist genau. So, wir müssen jetzt gleich weiter. Theoretisch. Willst du da ran? Dann müssen wir den ganzen Weg zurück. Und das ist auch der Beschluss von Sniper. Hat der gefinished? Ja. Ja, oben auf dem Ping. Ich bin scheiße. Ich würde erstmal versuchen, auf den Berg hoch zu gehen. Aber da sind die am Pfeiten. Wenn die High-Gorn haben. Ich habe immer noch keinen scheiß Damage-Boost für, wenn ich im Scope bin. Ich bin, glaube ich, die Sniper mit dem wenigsten Damage. Ganz irgendwo im Tau ist keiner. Es wäre wahrscheinlich, ich habe das Glück, hier rechts rum zu gehen. Schauen wir mal Riegel rein, alles. Meine Rüstung ist halt komplett short. Kannst du mal Sachen droppen? Vielleicht kann ich meine Rüstung dann abgewalten. Nochmal. Lass erst mal mal die Zone. Direkt über uns waren die. Überlebensbonus. Wo sind die? Stabiler Schuss erreicht. Können die noch in der Eiszone sein? Ich sehe sie halt nirgendwo. Dann mal rechts rumzirkeln, ne? Vielleicht gehen wir die von hinten. Hast du da aufs Geschossen? Na, die Zone kommt schon. Komm mal zu dir. Schießend da oben her. Ja, links einer lang rüpft. Ich hasse es. Ich kann mit der Sniper nicht. Der ist low. 72 Schaden. Dann einmal gefinished, der noch lag. Riegel ist schon da. Oh, dang. Wann habe ich so viel Schaden kassiert? Ich bin unter Beschuss. Ich weiß nur nicht von wo. Links von der Seite vom Berg entlang. Ich dachte, wir hätten unten noch viel mehr gehabt. Ich habe so scheiße. Ich hasse Sniper, ehrlich. Ja, ich habe vier Kills, aber echt unverdient. Kann ich nicht. Es kann nicht wahr sein, ehrlich. Ich hasse Sniper. Das ist mir so egal. Und ich war so wichtig.